Nicky wird in der Polizeistation festgehalten. Du musst dort hingehen und ihn befreien, wenn wir ins Rathaus wollen. Ähm, ja, wir müssen, ja, zum Gedanken, ich glaube, wir müssen noch ein paar Fahrzeuge und Radius finden. Fahrzeuge zerstört und Radius finden, glaube ich zumindest. Ich schaue mal eben auf die, nein, drücke immer noch die falsche Taste. Oh, wir haben eine SMS, die können wir mal eben lesen. Ähm, was haben wir denn hier? Franklin hat seine Waffe wieder und ich bin mir nicht sicher, dass er uns bei unserer kleinen Mission helfen wird. Er sagt, er könnte die Übung gebrauchen. Okay. So, äh, nein, ich möchte auf die Karte gucken. Wo finden wir denn, haben wir denn Radio? Radius haben wir schon. Ähm, hier die Explosivdinger müssen wir noch, oh, müssen wir noch machen. Was ist denn hier oben? Hier zum Beispiel. Ich mach mal, ich markier das mal. Und dann gehen wir mal da hin. So. Das dürfte ja, huch, das dürfte ja nicht allzu schwer werden. So. Genau, reißen die Augen mehr raus. So, und diesmal hatte ich keine längere Aufnahmepause. Ich bin jetzt quasi so ein bisschen im Flow, in the Flow, in the Flow dabei hier, Homefront aufzunehmen, wenn ich einmal dabei bin. Ähm, so. Gucken wir doch mal. Wie war denn das nochmal genau? So war Rennen, so war Ducken, okay. In the Flow. Ist die Kamera immer noch zerstört? Ach nee, die war das ja gar nicht, ne? Die, doch, das muss die doch. Oder war es, nee, die war das gewesen, ne? Die ist schon wieder ganz. Okay, also speichert er das nicht. Finde ich ein bisschen, finde ich ein bisschen schade, dass er das nicht speichert. Okay. So, dann gucken wir mal. Oh, hallo, Wache. Ach, das müssen wir zerstören, okay. Wir haben leider kein... Doch, gleich haben wir. Ah, Mist. Einmal Sprengschaft nur. Das Problem ist, es reicht nicht für... Äh... Ich glaube, das wird nicht reichen. Glaube ich zumindest. Huch, wo bin ich denn jetzt? Das wird, glaube ich, nicht reichen. Und die gucken jetzt natürlich erstmal... Äh, haben wir hier... Ah, hier war Müll. Ah, hier. Okay, Licht. Okay, vielleicht sollte ich... ...doch mal... ...was anderes ausprobieren. Vielleicht sollte ich mal... ...da hinten mich umschauen. Vielleicht ist da irgendwas Interessanteres. Vielleicht kommen wir da besser hin. Ich schau mal in... Oh, hallo, Freunde. Macht natürlich Sinn, mitten hier über den Platz zu latschen. Und da steht eine Wache. Ich hoffe, die sieht uns nicht. Sehr schön. Hier steht auch eine Wache. Wir müssen da hin. Okay, kommen wir hier rein? Das ist jetzt meine Frage. Wahrscheinlich nicht, ne? Ohne Hacken oder so. Oder Tralala. Kommen wir, glaube ich, hier nicht rein. Ähm... Wer sich widersetzt, wird erschossen. Hü, spring da, Alter. Oh Gott. Ganz schön mutig von mir, langzulaufen, muss ich sagen. Vielleicht sollte ich doch ein anderes Ziel wählen. Wir können eigentlich mal gleich... ...einfach mal in eine Basis wieder bei uns reinlatschen. Um uns ein paar Ausrüstungsgegenstände wieder zu holen. Hallo, Kamera. Ja, ja, ciao. So. Alter, rauszugehen. Was, Alter, rauszugehen? Okay. Schau mal eben, ist hier nicht irgendwie so ein Zwischenlager hier oben irgendwie vielleicht? Ah, schau mal, da ist eine Kamera. Verdammt. Ich habe Angst, hier Alarm auszulösen. Dass wir hier dann Theater bekommen. Tü, 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 tü. Ach, den müssen wir auch zerstören. Okay. Dann gehe ich nochmal eben kurz gucken, ob wir... Ja, ja, ja. Ob wir mal eben unsere... ...unser Equipment auffüllen können. Ist das hier? Wo ist denn das? Ist das oben? Laut Symbol ist das hier. Das ist bestimmt oben, ne? Kann das sein? Sie fragt mich gerade, ob ich blind bin. Ja, bin ich. Ihr könnt mich am Arsch lenken. Am Arsch lenken. Willst du gar nicht wissen? Die hat mich nur gefragt. Also, ich habe ja nur die passende Antwort gegeben. Ähm. Okay. Hier war genau... Hier war Timesflitters. Ähm. Wo ist denn... Hä? Wenn du die Leute weiter so anstörst, wird sich jemand von der... Ja, ja. Ich suche nur gerade verzweifelt irgendwo einen Bereich, wo ich meine... Hä? Gibt es hier nicht irgendwo einen Waffenschrank oder so? Aber der... Huch. Hallo? So, warte mal. Hier ist doch irgendwo das Waffensymbol. War doch hier gerade, oder? Oder er riecht mich da. Das war doch hier, ne? Hier. Ist das... Oder ist das unten? Ach, nee. Unten ist das, ne? Stimmt. Dazu müssen wir hier wieder rein. Weil ich würde gerne mal ein bisschen was... Was... Äh. Einkaufen gehen. Uah. Beziehungsweise, was heißt einkaufen? Ähm. Auffüllen. So. Equipment. Im Besitz. Mhm. Waffen. Aufsätze. Aufsätze. Kleidverbrauchsartikel. Genau. Genau. Sprengstoff. Kaufen wir alles. Bisschen Medipack kaufen wir auch. Heckgeräte. Wir haben's ja. Wir haben ja die Kohle. Also von so an ist es eh egal. So. Ich find's geil, dass es nicht mehr so hakelt. Nachdem es gespeichert hat. Das find ich super. Hat lange gebraucht, das Spiel. So. Okay, dann machen wir das mal. Wir haben ja schon quasi... ...ein Fahrzeug angeritzt. Lalalala. Ja, ja, ja. So. Dann nehmen wir mal das Fahrzeug, was hier links... Äh. Was hier links steht. Nein. Plupp. Eins. Und zwei. Das müsste eigentlich... ...99%. Okay, das reicht noch nicht. Okay, wir brauchen noch eins. Okay, das heißt, wir machen noch eins. Das andere ist hier oben. Das müsste hier sein. Da schauen wir mal. Und da ist eine Wache. Ich frage mich gerade, wo... Ach nee, das ist oben, ne? Wir müssen... Wir müssen eh die Fahrzeuge feststellen, oder? Warte mal eben. Wenn wir schon dabei sind. Oh, oh. Hüah. Lauf doch. Okay. Ich weiß zwar nicht, wie du es angestellt hast, Brady, aber du hast genug dieser Cracksüchtigen davon überzeugt, sich deinem patriotischen Kreuzzug anzuschließen. Okay. Wir sind gerade da draußen und machen der KVA die Hölle heiß. Die Dinge werden chaotisch, aber zumindest sind sie auf unserer Seite, richtig? Komm zu meinem Unterstupf, sobald du kannst. Das heißt, wir können zur Mission gehen. Erstmal, wenn Kameras wieder aus dem Weg gehen. Genau. Das ist in der Börse. Starte den Aufstand gegen die KVA. Da bin ich doch immer dabei. So, da gucken wir mal. Hallo, Freunde. Ob wir jetzt den KVA wieder stehen können und ob wir sie jetzt aufhalten, das werden wir jetzt gleich sehen. Ich bin sehr gespannt. Huch. Okay. Ich war schneller unten, als ich jetzt dachte. So, was ist denn hier los jetzt? Hallo, Freunde. Hey, also muss ich dir wohl nicht den Hintern versuchen. Danke, dass du zum Scheiß von Täter was gemacht hast. So, was gemacht. Oh, ja. Die Insassen stehen hinter dir, Brady. Ich lass denen gezeigt, wie man sich wehrt. Übertrage dein Signal. Die Insassen werden sich um den Rest kümmern. Jawohl. Der vierte Reiter. Eine neue Mission. Wollt ihr noch irgendwas sagen? Okay. Anscheinend nicht. Was haben die hier noch liegen? Mhm. Schick. Huch. Wo kommt der denn auf einmal her? Alter. Spont der auf einmal da? So. Okay. Okay. Ja, haben wir das soweit? Können wir mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Huch. So. Ähm, ich hab gar keinen Sound. Warum hab ich... Äh? Ich hab keinen Spielesound mehr. Ich weiß... Ich weiß nicht warum, aber ich hab keinen... Und ich hab keinen Spielesound mehr. Ähm. Es ist ein bisschen gruselig. Ich hab keine Ahnung warum. Ich würde gerne, bevor ich da diese... Diese Bereiche mal... Erstmal erstmal... Also bevor ich Missionen weiter mach... Erstmal hier jetzt. Äh. Huch. Hallo? Soll das... Soll das so sein, dass ich keinen Spielesound hab? Okay. Die Kameras sind auch aus. Ist ein bisschen strange alles. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Ich glaube nicht, oder? Hier haben wir schon durchgestanden. Da müssen wir normalerweise hin. Ich möchte gerne erstmal die Basis hier infiltrieren. Es ist... Da spielt sich irgendwie strange gerade. Ich weiß nicht warum. Okay. Ich spring mal hier. Uah. Aua. Okay. Das ist echt strange. Wie kommen wir denn hier rein? Ach genau. Das war das. Ja. Da war ja links... Die Tür war ja zu. Das war sehr intelligent geworfen von hier. Ah ja. Hier sind Gegner. Aber das ist doch nie im Leben richtig, dass hier der Sound fehlt, oder? Das soll doch nie im Leben so... Hallo? Das ist nie im Leben so richtig, oder? Höh. Oh, du hast da was im Auge. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, so. Okay. Ich glaube, das ist ein Bug. Was muss ich denn hier machen? Hallo? Ciao. Alter, geh weg. Sollte mich vielleicht ein bisschen heilen? Ähm. 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 Hä? Okay, das ist definitiv ein Bug, ist es. Definitiv ein Bug. Aber wir haben es. Spielgebiet, Drohnenkontrolle. Yeah. Gelände überfallen. Ich hoffe, der Sound kommt wieder. Ich glaube, ja. Oh, Gott sei Dank. Oh, das war aber gruselig gerade. Wenn der Grundturm außer Gefecht gesetzt ist, sollten wir weniger Probleme haben, uns um die automatisierten Einheiten der KVA zu kümmern. Yeah. Gute Arbeit. Danke. Bin zwar einfach nur so durchgerannt, weil, ähm, keine Ahnung, es war sehr creepy irgendwie krach. Creepy, creepy. So. Dann, Schatz, hier mal ein bisschen mehr Licht machen. Nein, da bleiben sie hier einfach stehen. Hallo, Freunde. Hier steht wieder ein Goliath rum. Ähm, ich hab mal gerade das andere Gebiet markiert, was ich gerne noch freischalten möchte. Wenn wir schon einmal dabei sind jetzt, dann können wir das noch eben, können wir das noch eben tun. So. Und dann machen wir die Mission weiter. Ich weiß nicht, Homefront ist irgendwie, macht irgendwie mega Spaß. Ja, das ist also generell so auch so allgemein, was ich mal so höre über, uah, über höre über Spiele und so und andere, man ja, ich weiß nicht, aber auch so beim Zusehen scheint es wohl sehr viel Spaß zu machen, weil es gucken sich echt viele an. Hätte ich nicht gedacht. Brady, in dieser Anlage sollen die Nords ihre ISO-Container aufbewahren, bevor sie mit dem Partner beladen werden. Ich habe ein paar grauenvolle Geschichten über diesen Ort gehört. Du würdest der Welt einen Gefallen tun, wenn du dorthin gehst und alles zerstörst. Vielleicht bin ich auch nur einer der Einzesten, der da spielt. Vielleicht deswegen. Vielleicht deswegen. Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil ich der Einzeste bin, der spielt. Alter, ich spiel's. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ist so gut. Alter, was ist denn hier los? Achso, das sind wieder die, die, äh, so viel aushalten, ne? Da war ja was. Da müsste noch einer sein. Und da kommt noch einer direkt. Hö, heil dich. Alter, heil dich. Warum heilt er sich nicht? Ich verstehe das nicht. Wie dumm. Warum hat er sich jetzt nicht geheilt? Ich habe, ich habe doch... Hä? Ich habe auf heilen gedrückt. Okay. Wer sich widersetzt, wird sofort erschossen. Schön. Okay, pass auf, machen wir anders. Ähm. Da ich ja weiß, was jetzt auf mich zukommt. So, wie komme ich denn... Ja, 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 ja. Wie komme ich denn jetzt hier runter, mein Freund? Nicht zu haben. Ah, hier. Oh Gott. Ähm. Hü. So, hier. Na, gehen wir mal da hin. Sehr schön. So, probieren wir es nochmal auf ein... Oh, hallo. Probieren wir nochmal auf ein neues. Und diesmal... Und diesmal... Okay. Der ist weg. Vielleicht kann ich das Ganze auch ein bisschen... Schleichmäßig irgendwie erledigen. Also schleichend. Ich schau mal. Vielleicht, dass ich nicht gesehen werde. Okay, von hier aus kommen wir gar nicht rüber. Okay, den plündern wir nochmal eben. So. Ähm. Das Problem ist, wenn uns da die... Oder es... Ne, ist immer noch ausgeschaltet. Sehr geil. Das hat er sich gespeichert. Sehr cool. Okay, da oben war einer. Da stand einer, ne? Ja, da steht ein gepanzerter. Also ein dicker Gegner. Hier oben ist noch irgendwie ein MG. Ja, war klar. Jetzt sieht er... Jetzt sieht er mich, weißt du? Jetzt... Ich will mich auch verarschen. Ich will mich auch verarschen, oder? So, nochmal gucken. Lebt er noch? Nein, der ist weg. Alter, was? Okay, warte. Ähm. Jetzt muss ich ein bisschen... Mich beeilen. R1. Dann den. Hallo. Ja, ja, ist gut. So. Hua. Nochmal eben heilen. Ach, ich hab gar kein Medi-Pack mehr. Das ist natürlich super. Hätte ich mal welche gekauft. Ja.